Na dann mal los Look doch mal her Scheiße, ey! Komm mal, ey! Mach ich da doch alles, ey! Auf die Garde! Auf die Garde! Hey, lass doch mal das Scheiß-Tier-Auto! Fack den so her! So? 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 He is good? Hot damn- se-man! Blöde. Moment, du weh. Blöde, cool, ja. Das ist ja nicht so gut. Den Laguer-Skinner zufolge ist der Raum voller Toxine und Okiers Lebenszeichen siebten rapide. Ich rate zu 1. Kontamination entdeckt. Notentrüfung aktiv. Dann noch mal, ja, der flöde, wie du ohst. Wir sind dein Geflossen. Scheiße. Ich würde es nicht sagen, aber alles liegt in meiner Protokolle. Mein Vermächtnis ist ein, dieser eine Saitat, dieses Granke Front. Mein Perfekt. Ich würde es nicht sagen. Wenn ich wüsste, was die Konnektoren von den Menschen wollen, würde ich es Ihnen sagen. Aber alles liegt in meinen Prototypen. Mein Vermächtnis ist ein, dieser eine Saitat, dieses Granke Frontschwein. Perfekt. Warum sollte so ein Fanatiker sich für einen einzelnen Kroganer opfern? Schlimmer als Okir kann der auch nicht sein. Und wenn er gut ist, brauchen wir ihn. Ein reiner Kroganer hat einen ziemlich harten Schlag. Und sowas können wir eigentlich immer brauchen. Falls er uns hilft. Ich bezweifle, dass ihn jemand nach seiner Meinung gefragt hat. Normandy, vergessen Sie Okir. Aber wir haben ein Paket, das geborgen werden muss. Und es ist ziemlich groß. Und es ist ziemlich groß. Ja. Hohoho. Es ist ein Ding da. Halbe T-Rex. Hohoho. Mamma Mia. Mamma Mia. Halbe T-Rex da. Hoho. Gut. Soweit ist... Ach ja.